Domi, hör mal mal zu. In Japan gibt es Kukigami. Das ist die Bezeichnung für eine Origami-Maske aus Papier, die man über den Penis stirbt. Oh ja? Guck, hier kommt ein Drachen hier. Der wird jetzt mal ein Heiliger im Hof. Ist das so was, so erste Date-Idee, weißt du? Oh, wollen wir mal ein bisschen zusammen Kukigami basteln oder was? Ich google jetzt aber mal rein. Ich will wissen, wie es aussieht. Google rein, Google rein. Es sieht sehr verstörend aus. Ey, hier ist ein Bild einfach von einer Frau, die hat eine Schweinemaske gefaltet, die über den Pimmel kommt. Und hier ist eine Gans oder eine Ente oder sowas. Es ist aber auch, oh, hier ist ein Pferd, Alter. Hier hat einfach eine Pferdemaske gefaltet, die schön über den Pimmel kommt. Wild. So was habe ich noch nie gehört. Auf die Idee kommt auch nur irgendwas aus dem Fernosten, oder? Richtig, richtig. Hast du schon? Warum sollte ich eigentlich meinen Papi mal verstecken unter einer Origami-Maske? Ich weiß nicht, vielleicht ist das so wie ein Maskenball in Venedig, weißt du? Und die kommen da alle aber mit so einer Tiermaske auf dem Schwanz in den Swinger-Club. Ja, weil, was würdest du dir basteln, wenn du, wenn es jetzt heißt, komm auf dem ersten Date, wir basteln eine Kukigami-Maske? Äh, einen Elefanten. Einen Elefanten? Ja. Ich glaube, ich würde einen Aal machen, oder so. Einen Aal? Oder hier ist auch einer, hier hat einer einen Tintenfisch. Das ist auch ein bisschen witzig. Okay, ja, schön. Also, falls ihr mal Nachmittagsbeschäftigung braucht, wenn es draußen regnet oder so, schlagt doch mal euren Eltern vor, lasst mal ein bisschen Kukigami baskeln. Ähm, da habt ihr bestimmt viel Spaß. Spaß für die ganze Familie. Richtig. Und rein. Und rein, nein. Ja, komm doch bitte rein. Robby, wie geht's dir? Du, mir geht's okayisch. Dir geht's okayisch, das ist doch okayisch. Ja, ich hoffe, meine Aufnahme ist crispy clean. Ich wohne neben einer großen Baustelle und gerade eben ist die ruhig, aber je nachdem, wann die wieder anfangen hier, du kommst dir vor, als würdest du in so einem Subwoofer leben, weißt du? Weil ich weiß nicht, was die machen, Alter. Die haben hier so ein Riesengerät und boah, und da irgendwelche Löcher in dem Boden, Alter. Und dann hörst du so, du wirst richtig bekloppt, ne? Deswegen konnte ich jetzt auch seit zwei Tagen schon keine Videos aufnehmen. Deswegen hoffe ich, dass ich gleich noch ein Videoskript eingesprochen bekomme, solange jeder die Schnauze halten da drüben und wir den Podcast hier fortführen können. Deswegen würde ich sagen, wie geht's dir denn? Nö, 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 wie geht's dir? Och du, ich kann nicht klagen so, ne? Also stressig und so weiter ohne Ende, aber sonst ganz gut. Ich hab's tatsächlich geschafft, mal wieder zum Sport zu gehen. Morgen ist die nächste Einheit dran. Das läuft. Und hier neben mir steht so eine Flasche schön mit so einem Proteindrink. Die sind eigentlich ja diese gekauften ziemlich scheiße, weil da super viel Zucker drin ist. Aber ich hab mir mal gegönnt, weil die waren im Angebot. Und deswegen werde ich mir das jetzt mal ordentlich reinknuspern hier während der Folge. Mh, mach mal auf dann, ne? Damit die Fürthau so richtig abgeräudig riechen, weißt du? Das ist wichtig. Okay, dann würde ich sagen, wir haben einige Patienten. Dann machen wir auf, ne? Nö, ich hab auch mal ein bisschen in der Vergangenheit gegraben. Es sind auch ein paar Patienten dabei, die vom Jahr Problemchen geschildert haben. Aber ihr seht, falls ihr noch nicht dran wart, es kann immer mal wieder dazu kommen, dass ihr mit dabei sein werdet. Deswegen würde ich sagen, wir schnacken gar nicht so lang, sondern guck mal, die sind schon halb verdorrt da hinten in der Ecke. Da siehst du schon die Spinnenweben rund um den Kokirari. Wie heißt das? Kokigami. Kokigami, Alter. Da ist schon alles verwebt. Das ist schon alles festgewachsen. Rüdi hat sich auch eingebastelt. Der hat einen Drachen gemacht. Guck ihn. Das ist aber ein feines Ding. Aber ein bisschen klein, der Drache. Ein bisschen lüttner. Dann machst du jetzt einen Babydrachen. Egal, vielleicht legt er, glaube ich, noch ein Ei auf den Flur. Oder pisst Feuer. Egal. Fangen wir mal an mit dem ersten Patienten. Dann würde ich meinen, oder? Kommen wir einen rein. Willst du den abhandeln, oder soll ich? Ja, mache ich doch direkt die Akte auf hier, Freunde. Rein, bitte. Hallo, Tommy. Hallo, Robert. Ich habe eher eine Beichte, aber vielleicht wollt ihr ja was darüber erzählen. Das Ganze ist nun gut fünf Jahre her. Ich, männlich, damals 20 Jahre alt, habe mit meinem Dad in einem Mehrfamilienhaus gelebt. Wir hatten eine Nachbarin über uns, damals 45 und alleinerziehend. Wir haben uns nur ab und an gegrüßt und mehr nicht. Aber mein Dad, ebenfalls alleinerziehend, hatte vorher schon mal Interesse an ihr gezeigt, aber daraus ist, glaube ich, nie was geworden. Eines Sommers abends saß ich mit meinem besten Freund auf dem Balkon zum Vorglühen. Sie saß auf ihrem Balkon oben drüber und haben beide Musik laufen lassen. Wir kamen ins Gespräch und sind schließlich hoch zu mir. Ihre Tochter war bei ihrem Vater. Da saßen wir also zu dritt und haben uns ordentlich einen reingelötet. Fing an, von mir zu schwärmen und dass sie es gerne mit mir tun würde. Mein Kumpel und ich schlugen einen Dreier vor. Sie stimmte zu. Habe schnell Kondome von unten geholt. Als ich wiederkam, hat mein Kumpel aber Eierschwitzen bekommen und einen Rückzieher gemacht. Naja, hab sie dann auf der Couch verräumt, während er in meiner Bude gewartet hat. Eine Woche später war es dasselbe Spiel in Grün. Wir waren bei ihr. Er war auf Klo und sie fing an, meine Stange zu kauen. Fand das aber selber komisch, auch wenn es sehr geil war. und habe es vorzeitig abgebrochen. Meinem Dad habe ich das nie erzählt und es war sehr komisch, ihr zu begegnen. Wir haben nie mehr miteinander gesprochen und bin wenige Monate später in eine WG gezogen. Sollte ich es meinem Dad im Vertrauen erzählen oder lassen? Sprechen nie über sowas. Er ist da eher verklemmt. Verfolgt mich auch nicht, aber eine Frage muss ich euch ja stellen. Grüßt mir den Rüdiger, die alten Lustmolch. Peace out. Ja, erst mal ordentlich den Milch verwornt. Da wurde ordentlich der Umzug gemacht, Alter. Ja, scheiße, ne? Der, die zeigt Interesse und der Sohnemann knüppelt die Alte weg. Ja, meine Güte, passiert halt so, weißt du? Das ist ja wie in den ganzen Herden in Afrika und weiß ich nicht wo, weißt du, wo die ganzen Tiere, Alter, irgendwann ist der Sohnemann der Alpharüde und der Papa muss in die Schwanz einziehen. In die Ferne gucken, ne? Ja, richtig. Zieh den Schwanz ein, jetzt kommt der Sohnemann. Ja, meine Güte, aber dein Vater hatte ja, glaube ich, nichts mit ihr, so, ne? Das wäre halt komisch, stell dir mal vor, die Alte lässt sich vom Vater und vom Sohn verräumen. Das wäre weird shit, aber so, keine Ahnung, ey, wenn ihr alle Bock hattet, ist doch voll fein. Eben, du warst alt genug, die war alt genug, scheißegal. Die war noch jung genug. Ja, kann man mal einen reinräumen, ist ja so, finde ich jetzt nicht schlimm. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Hätte ich auch nicht schlimmer. Ach Quatsch, Alter, wenn die Bock hat, hat die Bock so. Und wenn du auch Bock hast, sagst du auch Bock. Thema abgehakt, oder? Ja, weiß ich nicht, finde ich jetzt auch nicht so weird. Finde ich nicht. Kann man gut, ist schon für den Schmunzler auf jeden Fall in Ordnung, definitiv. Gerade wie du es beschrieben hast, so amüsant, aber, ne? Um Gottes Willen, völlig normal, ne? Also, wie gesagt, solange dein Vater nicht auf die Idee kommt, jetzt mit ihr zusammen zu kommen, ich glaube, dann wäre das weird, wenn du so morgens am Esstisch sitzt, weißt du, und der Vater sagt, oh, willst du ja noch ein Brötchen haben, kannst du mir mal Marmelade rüberreichen, Alter, und du weißt im Kopf, so, Alter. Die gute Frau habe ich auch schon mal besucht, ne? Da habe ich auch mal angekloppt, so, aber... Richtig, der habe ich auch mal Marmelade mal ein bisschen aufgestrichen, ne? Ja, aber ordentlich belegter Brot, du. Ne, weiß ich nicht, finde ich nicht schlimm. Ich würde es meinem Vater jetzt aber nicht aktiv erzählen, so, ne? Übrigens hier, deine Nachbarin, ne? Da war ich vor fünf Jahren, da habe ich mir ordentlich reingelunzt, ne? Ähm, weiß ich nicht, ich glaube, das came weird, das wäre dann auch wahrscheinlich für die Nachbarschaft ein bisschen komisch, wenn du dann weißt, okay, die Nachbarin, der begegnest du dann auch im Flur, ne? Und dann als Vater weißt du, jo, der Sohnemann, da ist er auch mal drüber gerutscht, kam mir ein bisschen komisch vor, so, also, das würde ich nicht erzählen, ne? Aber von daher war ja nichts Verbindliches oder ist ja nicht schwanger geworden oder so, ne? Von daher, alles cool. Eben, eben. Aber im zweiten Mal hat der Alter dann auch abgebrochen, sagt er, ne? Ja, weil der... Du hast ihm einen angelötet und der Kumpel war noch auf Scheißhaus. Ja, das fände ich halt auch komisch, weil stell dir mal vor, du kommst aus dem Klo raus und dann siehst du da, was machst du dann? Das ist eine super komische Situation, wie verhältst du dich dann? Was sollst du machen? Sollst du wieder zurück aufs Klo und sagen, ja, klopft an, wenn ihr fertig seid? Oder du kannst dich ja nicht daneben setzen und sagen, jo, ich trinke mal nochmal einen, ne? Trinke mir noch einen, ne? Mach mal weiter da, ich sehe hier gar nichts. Oh Gott, ja. Das ist so, wie kennst du das, wenn ein Kumpel von dir eine neue Perle hat, Alter, und die sind nur am rumlecken und du sitzt daneben und denkst dir so, wie verhalte ich mich jetzt, was mache ich jetzt, gucke ich jetzt aufs Handy? Weiß ich nicht. Oder könnt ihr das nicht zu Hause machen? Das finde ich immer richtig komisch, Alter. Wenn du irgendwo zu Besuch bist und dann steckt ihr euch gegenseitig so die Zunge in den Hals und die anderen denken sich so, ja, okay, ist weird, ich will das nicht sehen. Da kriege ich gerade Flashbacks, jetzt unabhängig von dem Thema. Wenn wir damals Filme geschaut haben mit den Eltern zusammen, meistens nach dem Abendbrot gab es dann auch immer mal einen schönen, netten Film. Und wenn es da Szenen gab in dem Film, die schon ein bisschen mehr in die Richtung Erotik gingen, habe ich mich immer so derbe geschämt. Ich glaube, so geht es aber jedem. Da habe ich immer runtergeguckt. Ich glaube, das war auch die einzige Intention für den Macher von Game of Thrones, so viele Sexszenen einzubauen, weil der weiß, irgendwo sitzt da ein kleiner Bub und schaut sich Game of Thrones mit seinen Eltern an und da schrieben hier die ganzen Pimmel durchs Bild. Der wird sich richtig in Grund und Boden schämen, dem fick ich richtig eins rein. Möglich, wer weiß. Ja, oder so als Quickstarter, um was mit der Freundin dann zu starten, ne? So ein bisschen antüren. Auch gut, auch gut. Das ist halt auch nicht verkehrt. Das ist auch nicht verkehrt, ne? Boah. Okay, so. Aber gut. Dann würde ich sagen, den verstaubten Bruder packen wir mal in die Ecke und dann holen wir mal den nächsten Kandidaten hier ran, ne? Richtig, richtig. Tschüsschen. Tschüsschen. Die nächste, bitte. Also, eher witzige Geschichte als Problem. Ich saß in der Uni in einer der letzten Reihen. Vor mir saß eine, die sich wohl unbeobachtet gefühlt hat. Sie hat sich beim Online-Shopping Dildos angesehen. Ich wünsche nach diesem Anblick eine Therapie von Rüdiger und euch einen schönen Tag noch. Ja, vielleicht ist das ja auch so ein Unterschwellig, Unterschwellig, ist das denn überhaupt noch unterschwellig, so dieses, boah, ihr kennt mal richtig Bock gerade. Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Weißt du, so unauffällig, so. Boah, guck mal, was ich mir hier angucke. Sprecht mich schon an und sagt so, ey, das brauchst du nicht. Wissen kannst du es nicht, aber eventuell geht das in die Richtung, ne? Ne? Besonders, wenn man das relativ, in Anführungsstrichen, öffentlich macht, wo jeder Schwanz drauf gucken kann. Im wahrsten Sinne? Schon sass. Ja, so ein bisschen, ne? Aber vielleicht ist das auch eine gute Möglichkeit, so weißt du. Dann setz dich doch mal das nächste Mal daneben und schau noch Taschenmuschis. Ich glaube, das ist ein bisschen weirder. Ja, ja. Ja, weiß ich nicht. Ob das jetzt so der richtige Ort ist, ist halt auch die Frage. Hat sie das jetzt am Laptop gemacht, so, wo man richtig gut drauf gucken kann oder so am Handy so nebenher, weißt du? Das ist halt ein Unterschied. Wenn er am Handy ist, dann ist das wieder eine andere Sache. Aber wenn du so auf einen aufgeklappten Laptop guckst oder so, das ist dann eine wilde Nummer. Das ist, kennst du? Das machst du ja nicht, wenn er nicht ganz hinten sitzt, ne? Normalerweise. Kennst du dieses Video von dem Typ, der in einer Vorlesung sitzt und dann halt, also es ist halt so ein Prank mäßig und sich dann so ein Porno anschaut und dann so getan hat, als wäre der Kopfhörer nicht drin. Nicht ganz drin, sodass das laut ist, aber er hat Kopfhörer auf und alle gucken ihn an, Alter. Das ist supergeil. Sehr, sehr lustiges Video. Hat mich unterhalten. Ja. Nee, aber ist ja eine schöne Sache. So wie die Geschichte, war normal. Ich weiß noch, damals ein Kumpel von mir, der ist immer, der hat super viel Dubstep gehört und morgens nach dem Feiern saß der halt in einer Vorlesung und diese Vorlesungsbänke, das sind ja so meistens so durchgehende Holzbänke, weißt du? Die alle miteinander verbunden sind und er hatte halt noch so Restpegel, saß aber morgens in der Vorlesung, Alter, hat das schön gemacht. Guck seine fetten Kopfhörer auf und hat richtig laut Dubstep gehört und hat dabei die ganze Zeit so gewackelt, so mitgewackelt, weißt du? Diese ganze Bank ist immer so vor und zurück, Alter, und alle gucken ihn so an und er merkt gar nicht, es ist so voll am Abgehen, Alter. Das ist supergeil. Das waren 10 von 10. Fühle ich aber komplett. Grüß an Jake an dieser Stelle. Keine Kontrolle mehr, du fühlst aber den Beat und die ganze Bank geht. Die mussten alle mitnicken, ob die wollten oder nicht. Da konnte keiner mehr mitschreiben. Aber ist Vorlesung, da schreibst du irgendwie mit. Vor allem nicht über 8 Uhr Dinge, Alter. Da gehst du auch nur hin, wenn du Erstsemester bist, weißt du? In 8 Uhr Vorlesungen siehst du nur Erstsemester oder irgendwelche Streber. Aber sonst ist ja kein Schwanz so, normalerweise. Okay. In Ordnung. Dann schicken wir den auch weg. Ab in den Karton, einpacken, weg, raus. Komm, schieb den beiseite. Ja, ja, ja. Okay. Oh, da haben wir doch einen neuen Patienten hier, ne? Der Nächste, bitte. Moin, ihr Stabilus. Ich, weiblich 22, habe seit ich 17 bin, ein Crush von Sans aus Undertale. Ist das komisch? Beziehungsweise bin ich normal? Hattet ihr vielleicht auch einen Crush aus fiktiver Charaktere, Film, Fernsehen, Games? Ich habe auch das Gefühl, dass ich mich dadurch gar nicht mehr in einen echten Menschen verlieben kann. Egal, ob junge Mädchen oder sonstiges. Okay. Ja, das ist natürlich... Also Sans, für all die, es nicht wissen, ist dieser Skelett-Typ, ne? Mit der blauen Jacke. Ja. Wilder Crush. Also ich kenne sowas nur von jüngeren Menschen, sage ich mal. Meine Freundin hatte mir erzählt, ihre beste Freundin, die stand voll auf irgendeinen Typ von Yu-Gi-Oh! War das dieser Kaiba, glaube ich? Oder dieser Joey? Gab es da einen Joey? Seto Kaiba? Joey gab es auch noch. Ja, der Blonde. Ja, weiß ich nicht. Auf irgendeinen von denen stand die so voll. Und die hat so Fan-Fictions geschrieben mit den Yu-Gi-Oh!-Charakteren und so. Oh, direkter Angriff auf deine Lebenspunkte, ne? Oh, zwei Scher. Ich spiel meinen Schwanz im Angriff-Modus. Eiskalter Bimmel. Nee, weißer Bimmel mit eiskaltem Fick. Ui. Oh, da wird er ordentlich abgespielt, du, ne? Ui. Oh, direkt in den Lebenspunkt und rein in die Olga. Ab ins Schattenreich, mein Freund. Ui. Ui. Ja, richtig. Du hast meine fallen Karte aktiviert. Jetzt musst du dich ausziehen, Schätzelein. Stell dir mal vor, da kommt so einer zum ersten Date, Alter, mit so einem Disc-Arm-Ding, weißt du, von Yu-Gi-Oh!-Charakter. Mit der Dual-Disc-Arm-Arm. Und spielt da dann erst mal das Kondom im Angriffs-Modus. Und ich leg noch eine Karte für Degg, du bist dran. Das würde ich ein bisschen fühlen. Oh Gott, ist das verliert, Alter. Ja, ich würde das auch fühlen. Ich würde mich, glaube ich, totlachen. Privater Modus? Yu-Gi-Oh!-Porn. Ich recherchere auch nur für den Zweck in der stabilen Sprechstunde. Gucke ich kurz nach. Ja, ja, ja. Yu-Gi-Oh!-Hentai-Videos. Aha. Oh, okay. Mal gucken hier. Yu-Gi-Oh! Der BKA-Mitarbeiter denkt sich gerade auch wieder, okay, was geht bei dem jetzt? Ah ja, hier. Das schwarze Magier-Mädchen-Säschchen. Oh ja, das sehe ich auch. Oh, die Mai-Valentine wird hier auch ordentlich. Immer richtig. Thea Gartner kriegt auch mal einen. Die darf Pimmel testen stehen. Wunderbar. Hier ist auch Mai-Valentine. Ja, rede Mai, die Blonde. Die kriegt ordentlich ein Verjuckelt in den Po. Yu-Gi-Oh! Der Acht-Mangician-Girl ist summoned. Mach das weg jetzt. Aus. Allowed to fuck Alexis Rhodes. Ah ja. Ich weiß nicht, wer die ganzen Leute sind, Alter. Aber da geht es nicht um Karten, meine Freunde. Richtig. Viele Zauberstäbe. Da wird nachher weitergeguckt. Richtig. Nee, hattest du mal so einen Anime-Crush? Ja, aber da war ich ultra jung halt. Das habe ich ja damals schon mal erzählt. Ich habe übelst Bock auf Sailor Moon gehabt. Die Blonde. Ja, okay. Aber das hat nicht lange angedauert. Ich habe schnell begriffen, das echte Leben macht ein bisschen mehr Spaß. Sailor Moon habe ich auch nie geguckt. Sailor Moon. Ich wurde ja gezwungen im Grunde genommen. Von wem? Das lief ja immer, während wir Abendbrot gegessen haben. Und wir waren ja eine relativ große Familie. Und da kannst du nicht ausruhen, was du guckst. Das, was der die anmacht, guckst du halt. Und jeden Abend lief halt Sailor Moon beim Abendbrot. Und die fand ich schon ein bisschen angewendig. Aber es ist dann auch, wenn der Vater Sailor Moon geguckt hat und du fandest sie geil und hast darauf gejockelt, ist das so eine ähnliche Situation. Nee, ich habe da nicht drauf gejuckelt. Wie der Erste, Alter. Nee, ich habe da nicht drauf gejuckelt, meine Damen und Herren. Oh, Sailor Moon, zeig mir mal deinen Zauerstab. Ich verstehe ja heutzutage selber nicht, wie man halt sich dann was antut, im Sinne von sich einen runterjuckeln auf irgendwelche Figuren. Ja, aber da gibt es ja immer noch relativ viele Leute, die das machen. Das ist ja auch vollettig. Ja, absolut. Das können die ja machen, ich verstehe es halt nicht. Und wenn ich dann mal irgendwie die Frage in den Raum werfe, kann man mir auch nie beantworten. Keine Ahnung. Ich kenne halt auch jetzt legit keinen, der das persönlich macht, aber ich weiß, dass es da Leute gibt, die das... Kennst du keine, dass sich eine Taschenmuschi an seinem Buddypillow klebt? Nee, nee. Ich schaue mir gerade Sailor Moon an, wie die aussah. Ich hatte es komplett vergessen. Die hat aber ganz schön lange Haare, die gute Dame, ne? Die hat ja immer geile Zöpfe gehabt. Die hat ja immer geile Zöpfe gehabt. Zeige ich mal ja den Lustzopf da. Ah, schön. Okay. So, dann würde ich sagen, dann holen wir mal die nächsten oder den, den das nächste Candidatchen rein, Die nächste, bitte. Hi Tommy, Robby und eventuelle Gäste. Ich, männlich 13, habe letztens Red Dead Redemption gespielt und habe ein bisschen Schabernack gemacht. Heißt, Leute ausgeraubt, ermordet, etc. Als dann kam es zu dem Punkt, wo ich eine Frau erst mit einem Lasso gefangen habe, sie mit einer Waffe bedroht habe und sie zum Schluss mit einem Messer abgestochen. Und zum Punkt zu kommen, hat es mich geil gemacht, wie sie um Gnade gewinselt hat und ich sie einfach kalbblütig abgestochen habe. Um nun zu meiner Frage zu kommen, sollte ich mir Sorgen machen, dass ich vielleicht wirklich irgendwann Frauen vergewaltige, weil es mich anmacht, weil sie am Winseln sind. Um zu Schluss zu kommen, will ich noch sagen, dass ich Vergewaltiger und ihre Taten abstoßen finde. Aber was sagt ihr dazu? Schöne Grüße, ein seit Folge 5 hörender Zuhörer. Oh boy. Brudi. Brudi, Junge. Also das darfst du nicht geil finden. Also das ist... Das darfst du auf gar keinen Fall geil finden. Das ist ziemlich sass, Dicker. Ähm, ja. Ich sag mal so, solange es jetzt erstmal nur in Videospielen ist und du sagst so, du findest das Real-Life-mäßig alles komplett abschreckend, das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass nicht Hopfen und Malz verloren ist. Aber... Ja, aber da musst du differenzieren. Ich glaube nicht, dass er die Möglichkeit hat, im Real-Life sowas mitzubekommen, es sei denn, er ist selber derjenige, der das verursacht. Weißt du, was ich meine? Das heißt, er hat nicht diese echten Erfahrungen, deswegen kann er jetzt natürlich sagen, er findet das abstoßen, weiß aber nicht, was passiert, wenn es zu der Situation kommt. Und das ist das Gefährliche. Ja, also wir wollen natürlich hoffen, dass du niemals auf die Idee kommst, irgendeine Scheiße Rücken mal zu machen. Ja, es ist halt schon weird. Also alleine, dass man mit 13 Red Dead Redemption dann zockt, ist dann die eine Sache, das müssen deine Eltern wissen. Aber in dem Fall zeigt es mir so ein bisschen, glaube ich, dass du noch nicht ganz reif für derartige Spiele bist. Ich sage mal, so mit 13 dein Gehirn und so weiter, das entwickelt sich ja alles noch. Und ich habe mit 13, 14, 15 bestimmt auch über Sachen gelacht, wo ich mir heute denke, Alter, nee, das geht gar nicht so. Von daher sage ich mal, ist nicht Hopfen und Malz verloren. Aber trotzdem ist das schon grenzwertig. Fühle ich nicht so, wenn ich ehrlich bin. Das Ding ist, man muss ja immer sagen, zum Glück Videospiele sind Videospiele und haben nichts mit der Realität zu tun. Das ist ganz wichtig. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass du jetzt, wie Robby es schon gesagt hast, nicht auf die Idee kommst, so, ja, mit dem Spiel war es schon ganz geil. Da probiere ich mal im wirklichen Leben oft. Weil das ist halt schon wirklich kritisch. Die Frage ist, glaube ich, auch schon wieder über ein Jahr her. Falls du das hier hörst und dann sagst du, ja, weiß ich nicht, Alter, ich finde das immer noch eine ziemlich interessante Idee, dann würde ich dir ans Herz legen, dass du mal zum Onkel Doktor vorbeispazierst und dann beim Psychiater vielleicht mal anklopfst und schaust, ob dir da geholfen werden kann. Weil das ist halt wirklich schon, ja, so ein bisschen psychopathische Tendenzen. Das ist nicht cool. Aber solange das jetzt erstmal nur beim Videospielen machst, Alter, in Videospielen, keine Ahnung, in GTA bin ich auch der größte Massenmörder. Ich glaube, ich habe noch nie geschafft, irgendeine Mission von Fahrt zu Punkt A zu Punkt B, da ohne irgendwie zwölf Leute über den Haufen zu fahren oder so. Aber Videospiele sind halt Videospiele, so weißt du. Allerdings macht mich das jetzt nicht geil. Genau, das ist der springende Punkt. Also, wenn ich da auch irgendwelche Spiele spiele, die nicht für Leute unter 18 geeignet sind, dann, ja, finde ich das vielleicht cool, wenn du da mal ein bisschen ausrasten kannst. Aber ich werde nie irgendwie Emotionen spüren, dass ich sage, das ist aber richtig geil. Ich habe hier schon so eine kleine Zerre aufgestellt. Das kannst du vergessen, das ist noch nie passiert. Und ich, so wie er das beschreibt, hat er ja schon einen ordentlichen Bock dabei gehabt bei der Aktion. das ist nicht gesund. Definitiv nicht. Also, da würde ich dann, wenn du heute immer noch sagst, boah, weiß ich nicht, ich führe das immer noch, ich mache nichts anderes in Videospielen, Alter, bei Super Mario, bevor ich auf die Schildkröte draufdrücke, da bin ich erstmal, da hole ich mir erstmal die Pflanze runter, Alter. Dann solltest du mal einen Arzt aussuchen und das mal mit dem gegenchecken lassen, was man da machen kann, okay? Also, bitte. Ja, ist jetzt zu deinem Besten, also würde ich definitiv auch empfehlen. einfach mal genau das, was du in den Raum gestellt hast, was wir gerade vorgetragen haben, das genau so dem Arzt einmal schildern, dass du das ziemlich cool findest, wenn du eine Frau erniedrigst und sie dann gnadenlos abstießt und du da ein bisschen horny wirst dabei, dann wird der Mensch dir auf jeden Fall helfen können. Im Idealfall, ja. Im Idealfall. Ne, von daher, ja, bitte überdenkt, ich weiß keine, was ich dazu sagen soll, Alter, das ist schon fucking weird, Alter. Ja, das ist echt cool. So, okay, mach mal zu. Nee, mach zu hier die Akte, also das haben wir, das ist das. Rüdi passt auch bei dir. schön. Hast du Handschel dabei, Rüdi? Okay, leg den du mal an. Die rosa Püschtinger, Alter. Ja, die hat er noch gestern benutzt, bei seiner, ist egal, auf dem Balkon, schön. Auf dem Balkon Sex haben, stelle ich mir auch geil vor, ne? Ja, ich weiß nicht, ich finde das immer weird, wenn Leute zugucken. Ich fand das schon weird, Alter. Echt? weiß ich nicht. Ich finde das super weird, wenn Tiere zugucken, Alter. Ich verstehe das nie, wie Leute bummen können, wenn ihre Tiere mit denen einfach zugucken. So, weißt du, wenn da irgendein Tier im Raum ist. Ja, aber ich finde es trotzdem weird. Ich finde es auch weird, also Tiere, die haben da nicht die Berechtigung, zu zucken, aber ich finde es nicht schlimm, wenn man mal, wo du weißt, da sind eventuell Augen, die das sehen können. Okay. Finde ich jetzt nicht schlimm. Ne, ist ja dein Ding. Ich weiß noch, ich hatte mal was mit einer Perle, Alter, und die hatte so zwei Katzen, und ich habe gesagt, Alter, nee, schick die Katzen raus, ich habe keinen Bock, dass hier gleich irgendwie eine Katze über mir rumspringt oder so, weißt du? Super weird, Alter. Ich verstehe das nicht, wie Leute das so machen können, aber naja, das ist deren Ding, ne? Ja, richtig. Okay. So, komm, Hi. Ich, männlich 20, habe eine seltene Krankheit, wodurch meine Lebenserwartung nur noch 40 bis 60 ist. Allerdings vererbe ich diese noch an meine Kinder genauso schlimm oder schlimmer, was zum Tod führen kann. Meine Fragen ist, wann ihr sowas erzählen würdet, zum Beispiel einer potenzialen Freundin. Ja, immer straight weg, oder? Ja, ich denke auch, das sollte man straight zu Beginn halt mal äußern. Und ist natürlich... Die muss ja wissen, auf was der sich einlässt. Und solche Geschichten, in meiner Welt gehört sowas sofort dazu. Also zumindest sollte man das dann nicht irgendwie vier, fünf Jahre später, wir haben geheiratet, jetzt geht es an die Kinderplanung. Ah ja, übrigens, da sollte man schon mit offenen Karten spielen, denke ich mir. Und man sollte halt auch überlegen, das ist halt eine super schwere Entscheidung, weil die meisten Leute wollen ja halt Nachkommen haben und wollen auch, dass man so einen Nenny von sich selber pflanzt in die Welt. Und dann ist natürlich aber die Überlegung, okay, will ich das meinem Kind zubürden oder nicht? Dass es halt eventuell dieselbe Erbkrankheit mitkriegt und in Anführungsstrichen dasselbe Schicksal erleidet. Das ist eine super schwere Sache. Das hatte ich auch von Bekannten von mir, die hatten einen ähnlichen Fall, wo sie sich halt im Endeffekt dagegen entschieden haben, dann so persönlich quasi Kinder zusammenzubasteln nach Anleitung von Lego, sondern die dann jetzt irgendwie... Adoption oder was? Adoption dann oder wie? Äh, ja oder... Nee, die wollten hier dann mit künstlicher Befruchtung wollten die das dann regeln, weißt du? Gut, das geht auch. So extern, dass du da mal shoppen gehst und guckst, was sieht denn gut aus und dann baust du dir so ein Ding selber zusammen. Ähm, nee, also die haben sich dann im Endeffekt dagegen entschieden, weil der Dude irgendwie, ja, irgendwie verschiedene Erbanlagen hatte, die halt irgendwie zierisch, irgendwie ein Tumorwachstum begünstigen und er halt ständig irgendwie Tumore hat, die rausgekattet werden müssen und so, wo man sagt... Aber das ist auch eine Strafe, ne? Holy shit. Ja, das ist ein hartes Schicksal, aber er hat sich halt dagegen dann entschieden und gesagt so, ja, er hätte super gern eigene Kinder, so, aber das will er dann einfach seinem Erbgut nicht antun, sag ich mal, beziehungsweise seinen Nachkommen. Ist auch vernünftig, ne? Ich denke auch, ich glaube, das ist super schwer, aber ist halt dann einfach so, ne? Von daher, das ist halt etwas, was man bedenken muss und was man halt auch den Frauen in Aussicht stellen muss, dass das halt schwierig ist. Ja, definitiv. Aber wie gesagt, ich denke auch, man ist dazu in der Lage, auch so ein, in Anführungszeichen, fremdes Kind zu lieben, so, weißt du? Also, glaube ich schon. Wenn man es von vornherein aufzieht, auf jeden Fall. Von daher, glaube ich schon, ja. Es ist eine Sache, natürlich muss man das ansprechen und das sollte man auf keinen Fall verschweigen. Also ich denke mal schon, das ist ganz wichtig, dass man da mit offenen Karten spielt, weil wenn eine Frau sagt, okay, nee, das kann sie sich überhaupt nicht vorstellen, dann ist das so und dann musst du einfach mal weiterschauen, ne? Wie das dann ist. am Ende final entscheiden, nicht wahr? Und dann solltest du aber auch für dich klar machen, was du im Endeffekt willst. Sagst du, okay, nee, ich will aber trotzdem hundertprozentig eigene Kinder, dann musst du sowieso mit offenen Karten spielen, weil sonst finde ich das, ja, grob asozial, wenn ich ehrlich bin. Oder wenn du dir übersagst, okay, ja, nee, weiß ich nicht, ich will das nicht weiterbringen, dann verzichte ich lieber auf Kinder und dann kannst du ja trotzdem ganz normal eine Frau finden, die das Leben mit dir teilt, die dann eventuell auch einfach keine Kinder haben will. Das gibt es ja auch viel und das ist ja auch vollkommen okay. Gibt es ja auch, genau. Das ist ja super komisch, das habe ich super oft schon gelesen, dass dann irgendwie gesagt wird im Freundeskreis so, dass Leute komisch sind, wenn die sagen, ja, die haben halt keinen Bock auf Kinder oder so, weißt du? Da denke ich mir, weiß ich nicht, finde ich das nicht schlimm. Also mein Bruder hat sich zum Beispiel auch aktiv dagegen entschieden. Er meinte, ich bin einfach nicht nur ein Mensch, der Bock auf Kinder hat, ich will keine Kinder haben. So, zack, Thema erledigt. Ist straight und ehrlich halt. Und das darf jeder für sich entscheiden. Aber da sind bei ihm halt auch schon einige Beziehungen halt zerbrochen, weil er hat halt gesagt, also ich will keine Kinder. Ja, klar. Und super viele Mädels, die er dann kennengelernt hat, die wollten halt irgendwann immer unbedingt Kinder haben. Und gerade in seinem Alter sind halt super viele Damen, sag ich mal, auf diesem Trip, okay, ey, ich lerne jetzt einen Typ kennen und so in ein, zwei Jahren, Alter, dann schießen hier die Kinder raus. Wo er meinte, jo, ist halt irgendwann schwierig dann die Beziehung, weil er sagt halt ganz klar, ich will keine Kinder und dann ist das so. Aber jetzt hat man da eine Dame kennengelernt, die auch keine Kinder haben will und davon hat alles easy. Und meine Eltern machen auch den ruhigen, weil meine Schwester hat schon so viele Kinder rausgeballert, dass nirgendwo mehr Ansprüche bestehen. Sehr gut, sehr gut abgehakt. Ja, das ist immer geil, Alter, wenn deine Schwester so einen fürs Team nimmt. Oder in dem Fall sogar drei. Ich habe drei Nichten. Von der Art easy. All easy, ja. Ja, dann wünschen wir dir trotzdem alles Gute für die Zukunft. Wie gesagt, halt die Waren steif. Wir wünschen dir natürlich auch gesundheitlich alles Beste, dass du den Highscore rausholst und du wirst da bestimmt schon einen passenden Deckel finden. Da mache ich mir gar keinen Stress. Auf jeden Fall. Na klar. Na klar. Sagst du einfach, du hörst die stabile Sprechstunde und dann liegt dir die Welt zu den Füßen. Ja, 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 ja. Die kommen alle. Also logisch, ne? Die Erscheinung kommt. Weiblich 45 erst recht. Also auf dem Balkon. Okay. So, dann würde ich sagen, holen wir mal den nächsten Kandidaten, wa? Richtig. Der Nächste, bitte. Liebe Alkohol-Lover. Tommy, Robby, Rüdiger, bitte zieh dir eine Hose über den Kopf, wird mich anmachen. Ich, männlich 16, werde von so ziemlich allen in meinem Dorf ausgegrenzt, da ich mein Moped nicht tunen will, keinen Alkohol trinke, nicht rauche und Polizist werden will. Also hat alles vor circa einem Jahr angefangen, als ich 16 wurde. Hat angefangen mit Kontaktabbrüchen und Hänseleien. Ging dann bis dahin, dass man mich aus diversen Vereinen herausgedrängt hat und mir den Spaß an vielen ehemaligen Hobbys genommen hat. Nun ist es soweit, dass ich so eine Art Informant für die Polizei bin und mich damit schon an fast allen gerecht habe. Ein paar würden wegen getunten Mopets angezeigt, ein paar wegen illegalen Substanzen, Gras, ein paar wegen Alkoholausgaben, Minderjährige und so weiter. Ist eine lange Liste, bla bla bla. Aber, nun sind fast alle hinter mir her, da meine mittlerweile Ex-Freundin von meiner Beziehung zur Polizei Wind bekommen, verfiffen hat. Das ist so eine GTA-Missione oder was? Ich stelle mir gerade irgendwie so Randall vor, weißt du, wie er hinten auf dem Schuh riecht. Bis finster, bis finster. Okay, egal. Deshalb liege ich gerade wegen einer Schlägerei im Krankenhaus mit gebrochenem Fuß, ein paar geprellten Rippen und so weiter und ein paar Leute haben eine Anzeige wegen Körperverletzungen erhalten. Meine Frage, kann ich mich je wieder in unserer Dorfgemeinschaft eingliedern? Wenn ja, habt ihr ein paar Tipps? Schöne Grüße aus dem schönen Österreich, ein stabiler Spast. Boah, ja, schwierig, ey. Ich glaube, die meisten Leute haben halt einfach keinen Bock, mit jemandem abzuhängen, der dann bei der nächstbesten Möglichkeit oder wenn er sauer auf einen ist, dann an die Öffentlichkeit geht beziehungsweise den Behörden alles mitteilt, was ihr so macht, was vielleicht nicht ganz so rechtens ist, weißt du? Ist halt schwierig. Natürlich, du bist erst 16 Jahre alt, du hast vielleicht jetzt noch nicht so die Weizsicht da gefunden. Ich meine, es ist natürlich, ich will gar nicht sagen, dass Leute hier irgendwelche Straftamen begehen sollen, dass hier kein Alkohol Minderjähriger ausgeschüttet wird, dass man sein Moppet illegal tune oder weiß ich nicht, so, nur Verstöße halt gegen Gesetze, ist halt klar, ist halt natürlich dann die Frage, ob wenn man sich an jemandem rächen will, das dann so machen muss, weil hier dieses ganze, wie nennt man das dann, Denunziantentum oder sowas, das kommt halt immer scheiße an, also muss sich ja mal dann auch wieder in die andere Lage versetzen, klar, wenn dich jetzt irgendwelche Leute vielleicht nicht ausstehen können oder sonst was, sagst du, okay, ja, die sollen sich ficken, aber wenn du dann zur Polizei läufst und ganz genau sagst, was wer dann davon gemacht hat, was du irgendwie mitbekommen hast und die Leute dann im Nachhinein alle gefickt werden, klar, dann fühlt man sich halt scheiße, ne, kann sich ja vorstellen, stell dir mal vor, du hast irgendwie, du bist 16 Jahre alt, du bist ganz stolz auf dein Moped, da hast du irgendwas geschafft, selber was rumzuschrauben, was jetzt nicht ganz legal war vielleicht, ne, ist natürlich falsch, aber als 16-Jähriger prüft man ja auch mal, wo seine Grenzen liegen, so, und dann kommt da irgendein Typ an, aus deinem Dorf, den du nicht ausstehen kannst, der rennt zur Polizei, die kommen vorbei und dann hast du da irgendwie Stress am Arsch, ne, ist natürlich auch scheiße, also ich will jetzt hier gar nicht verteidigen, dass die Leute irgendwelche Straftaten begehen, aber ich verstehe auch, dass die Leute halt dann sauer auf dich sind und dich aus der Dorfgemeinschaft ausgrenzen, wenn da halt immer die Gefahr besteht, dass alles, was sie machen, irgendwie gegen sie verwendet wird, ne, also wenn ich jetzt mit irgendwelchen Freunden hätte, die dann ständig irgendwo erzählen, was ich dann, keine Ahnung wo mache, dann würde ich auch denken, okay, ja, dann mache ich halt einfach nichts mehr mit den Leuten, so, weißt du, ja, das ist schwierig, was sagst du? Du, ich komme ja vom Dorf, ne, und das, was es bei uns nicht gab, war ein Spitzel, also egal, was wir gemacht haben, wenn irgendwie jemand, ne, in der Lage war, zur Polizei zu rennen oder, ne, Eltern gepetzt hat, dann hat er eine Lektion bekommen, was soll ich dir sagen, da gab es dann halt auch mal Auseinandersetzungen, auf jeden Fall, und vom Dorfleben kann ich dir halt sagen, so entweder, möchtest du zu der, Truppe zugehören, dann machst du halt die Sachen mit, die da halt gerade Thema sind, oder du lässt es halt sein, ne, und wenn, wenn du dann sagst, du hast keinen Bock auf das, was die Gruppe macht, bist dann aber der Spitzel, dann, äh, muss man auf jeden Fall mit Konsequenzen rechnen, das auf dem Dorf so, und da kennt jeder jeden, und da weiß man sofort, wer gepetzt hat, und dann gibt es auch mal schön eins auf die Nase, kann ich nicht gut heißen, aus heutiger Sicht, aber das war halt damals so, und das, äh, wird sich ja, denke ich, nicht großartig geändert haben, und niemand mag Spitzel, so wie Tommy gerade beschrieben hat, du wirst es halt auch nicht cool finden, wenn du da gerade irgendwas, äh, Geiles erstellt hast, und dann rennt da einer zu, zu den Eltern oder zu den Cops, und, äh, verfeift dich da, so, da hast du beidseitig einfach nur Stress, und das ist super unnötig, und wenn du nicht dazugehören willst, du kriegst ja nicht auf die Schnauze, weil du nicht dazugehören willst, sondern weil, weil du hier Leute verfeifst, halt ganz einfach, ne, so, man kann halt auch sagen, ist halt nix für mich, Alkohol und sowas, finde ich ja auch gut, wenn man, wenn man da eine eigene Meinung hat, und sich nicht einlohnen lässt, zu irgendeinem Gruppenzwang, äh, treiben lässt, dann ist das doch völlig fein, aber dann musst du nicht den Spitzel spielen. Ja, und zur Frage, ob du jetzt wieder irgendwie in die Dorfgemeinschaft reinkommen kannst, boah, ist halt schwierig, ne, ich meine, wenn die Leute eh schon an so einem Punkt sind, wo sie dir körperlich Schaden zufügen, und dafür dann auch wieder Anzeigen von dir kassiert haben, und so weiter, was, gut, in dem Fall ja auch absolut berechtigt ist, so, ähm, aber ich glaube, das wird tatsächlich ziemlich schwer, aber wenn du sagst, okay, du bist jetzt eh schon 16, und gehst dann wahrscheinlich nach Abschluss von der, von der, von der Schule oder sonst was zur Polizei, und, äh, hast da ja scheinbar eh schon Kontakte, dann, ja, zieh jetzt noch diese ein, zwei Jahre durch, und dann, äh, gehst du zur Polizei, und dann hast du ja wahrscheinlich eh erstmal in irgendeinem anderen Ort, generell deine, ähm, wie, wie nennt man das? Polizeiakademie, Alter, keine Ahnung, wo du deine Ausbildung machst, und dann, äh, wirst du ja eh irgendwo hin versetzt, also die Wahrscheinlichkeit, dass du dann im Dorf von deinen Eltern da, äh, aufs Streife gehst, ist super gering, klar, ist natürlich dann immer ein komisches Gefühl wahrscheinlich, wenn du wieder nach Hause kommst, und die Eltern siehst oder so, aber, also beziehungsweise nicht, wenn du die Eltern siehst, sondern wenn du dann die Leute wieder siehst, und so, wird es immer ein komisches Gefühl sein, aber da muss man irgendwann drüber stehen, und, ähm, ich denke mal, du bist zum Glück in einem fortgeschrittenen Alter, wo du dann bald wahrscheinlich schon aus der Hood weg kannst, ich denke mal, das ist so die beste Chance, aber dass du da jetzt irgendwie wieder mit den alten Leuten irgendwie wieder, äh, ja, zusammenkommst, da gehe ich jetzt erstmal nicht von aus, Alter, wenn mir jetzt einer hier irgendwie ständig irgendwo Anzeigen reingedrückt hätte, und damit ja auch mein Leben zum Teil versaut hat, ne, ähm, also insofern die Leute dann über 18 sind, und die Strafen bestehen bleiben, und nicht nur in Geldstrafen ausgeartet sind, so, aber dann wäre ich halt auch lebenslang abgefuckt, also ich glaube, das könnte man dann bei mir auch nicht mehr gut machen, ne, von daher, ja, nee, definitiv nicht, und die, die Ausgrenzung, die da stattgefunden hat, die, die wird auch anhalten, ne, also ich glaube nicht, dass du da irgendeine Möglichkeit hast, nachdem du da Anzeigen verteilt hast, wie, ne, keine Ahnung was, dann, äh, braucht man da auch nicht versuchen, den Fuß in die Tür zu bekommen, der Zug ist in dem Fall abgefahren, denke ich, so war es jedenfalls bei uns, wenn damals jemand aus der Gruppe geflogen ist, weil er halt eine Pätze war, dann war es da ganz, ganz schwer wieder reinzukommen, es sei denn, der hat da wirklich, ne, irgendwie beweisen können, so, der meint das absolut ernst, und, ne, muss dann auch eine Art Mutprobe bei uns machen, darüber reden wir jetzt nicht, über welche Taten wir sprechen, weil, jetzt bin ich aber gespannt, oder, nie ein Mensch verletzt, oder sowas, ich, äh, finde, die, die Sache, die du hier schildest, ist halt Kacke aus, aus deiner Sicht, weil, was hat er gesagt, er liegt im Krankenhaus, mit einem gebrochenen Fuß, und einer geprellten Rippe, ja, das ist, Gewalt ist auch nie eine Lösung, nehmt euch da auch kein Beispiel dran, auch wenn ihr eine coole Gruppe seid, in einem Dorf, oder was, ihr müsst da keinen aufmischen, bis der im Krankenhaus landet, so, man kann, man kann Sachen auch anders klären, und, es gibt, mit den Worten, verbal, ne, definitiv gibt es da eine Möglichkeit, in so einer Spirale, weißt du, dann, ihr tut dem Gewalt an, er zeigt euch wieder an, ihr seid noch abgefuckter, aber wenn ihr jetzt noch mehr dann in Gewalt ausartet, dann, ja, das wird ja immer schlimmer, das wird ja eine schwere Körperverletzung, Alter, da landest du halt auch schon mal im Knast für, ne, deswegen, das ist, absolut dumm. Beidseitig halt absolute Scheiße, ne, du verbaust den Leuten das Leben, und, ja, die hauen dir körperlich irgendwann so auf die Schnauze, dass dein Leben halt auch für immer kaputt ist, so, dann brauchst du auch nicht mehr zu den Cops gehen, um überlegen, natürlich, wenn du Zeuge einer schwerwiegenden Straftat oder sonstiges wirst, ne, dann ist absolut okay, äh, dass man sagt, okay, ich, ich melde die Tat jetzt, aber wenn du jetzt siehst, okay, aber hier ist ja Rache, das ist ja dieses, ich will denn lieber eins reindrücken, weißt du, das ist so Nachbarschaftsstreit, ey, die haben sich hier irgendwas auf den Balkon gestellt, was nicht den Richtlinien entspricht, da ist die Farbe vom, äh, vom Gitternetz, die falsche, so, weißt du, hab ich schon erlebt, dass hier Freunde von mir meinten, ähm, die, die wollten in eine Wohnung ziehen und haben gesagt, das Problem ist aber, gegenüber wohnt irgendwie der Typ vom Bauamt, der da arbeitet und der drückt den ganzen Nachbarn einen rein und, ähm, da wird auch nicht, äh, erst mal abgesprochen, dass vielleicht etwas, was die machen nicht in Ordnung ist, sondern da werden Anzeigen geschrieben und dann hat er tatsächlich dann irgendwie eine Anzeige geschrieben, weil die sich, äh, so ein Gitternetz auf den Balkon gestellt haben, damit die Katzen nicht vom Balkon springen, weißt du, die haben sich einfach so ein, so ein Kaninchen Draht um den Balkon gezogen und dann hatten sie einen Monat später oder so eine Anhörung beim, bei Gericht, dann, weißt du, weil der Nachbar von gegenüber da irgendwie den Macker gemacht hat, also das sind halt so Sachen, das ist halt superreudig, ähm, vor allem für so Nichtigkeit, aber wenn du jetzt mitbekommst, okay, weiß ich nicht, der Typ von gegenüber, der, ähm, trinkt Alkohol und verprügelt seine Frau, ja, dann ist natürlich deine Pflicht, da einzugreifen, dann die Polizei zu alarmieren, ne, das sind halt komplett andere Sachen. Absolut, absolut, ne, aber genau, das sind ja verschiedene Paar Schuhe in dem Fall und ich bin auch eher der Befürworter dafür, dass wenn man eine Straftat mitbekommt, live oder was, oder über Ecken hört, dass man das auf jeden Fall melden muss, also das ist deine Pflicht, das ist absolut deine Pflicht, finde ich. Nur, wie gesagt, Leute anscheißen, ist halt ein anderes Thema, auch wenn die dann halt vielleicht mal nicht so, äh, legale Sachen machen, kann man drüber reden, ne, solange da keiner zu Schaden kommt oder die sich abends nur mal genüsslich ein Bierchen reinpfeifen, muss da niemand für bluten, ne, das ist meine Meinung, also, aber gut, das ist, muss, muss der, also wie gesagt, das musst du jetzt selber entscheiden, wie du da weiter verfahren willst, aber, dass du da nochmal bei deinen alten Homies quasi integriert wirst, sieht aus meiner Sicht jetzt eher scheiße aus. Okay, so, soviel zu dir, trotzdem gute Besserung ins Krankenhaus. Aber war ein coole, ja, auf jeden Fall, gute Besserung, definitiv. Ne, ich hab jetzt nur durch, durch die Geschichte auch wieder so ein bisschen, die Erinnerungen aufgefrischt, wie unser Dorfleben halt ablief, ne, das war auch schon sehr wild, pack mal aus, hast du noch was? Aber ne, Mann, wir haben, ja, wir haben so einen Hof gehabt, im Dorf selber, das war so ein kleiner Bolzplatz, und man musste immer über so eine Hecke springen, da war nachher auch der Zaun schon komplett weggedreht und so, da konnte es einfach durchlaufen nachher, aber anfangs war es ein bisschen schwieriger, um an die Hütte dahinter zu kommen, und in der Hütte haben sich dann immer die ganzen Dorfjungs dann versammelt, und dann hatten wir irgendeine Pastete, die war, der war so ein Brennstoff, haben auch ein bisschen mit rumgeeiert, nicht wahr? Und man kann sich ja daraus dann ausmalen, was passiert, wenn kleine, junge, dumme Menschen mit Brennpastete spielen, und da gab es dann auch mal die ein oder andere Verletzung, oder wir haben auch, wir haben eine Mutprobe gemacht, wir müssen einen Pimmel rausholen und an den Elektrozaun pissen, das war auch keine gute Idee, da lagen ein paar Arle dann auf dem Boden, haben gezappelt, also ganz, ganz böse Sachen haben wir da gemacht, aber es gab nie die, muss ich sagen, toi, 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 klar gab es mal eine Petze, oder was, die bei den Eltern gesagt hat, die machen da gerade scheiße, dann, da wurde auch kontrolliert, und dann hat man das aber relativ human regeln können, ohne dass da einer zu Schaden kommt, aber so, so richtige Spitzelaktionen gab es bei uns nicht, da war eher ein Zusammenhalt im Dorf, jeder kannte jeden, und da wusstest du auch gleich, wenn du neu im Dorf bist, der, der Typ da, der hat das Sagen, an den wendest du dich, wenn du irgendeine Frage hast, wenn du dazugehören möchtest, dann gab es eine Art Mutprobe, und da hast du dich kurz bewiesen, okay, der passt hier rein, nimm hier mit, und dann bist du auf Reisen gegangen, fand ich sowieso viel cooler, als heute die Kids, die hocken ja alle nur noch daheim, und spielen mit dem Tablet, oder was weiß ich, im Computer, Fortnite, so eine Scheiße, Alter, wir hatten eine coole Kindheit, ich glaube, so am ganzen Dorfalter, da erlebst du auch richtig viel Scheiße, ja, definitiv, und du hast halt, Dicker, ich schwöre dir, als ich dann in die Stadt gekommen bin, und dann auch mal ein paar Saufabende erlebt habe, im Jugendalter dann, da hast du aber schon die ein oder anderen Menschen unter den Tisch geballert, ne, das ist heftig gewesen, im Dorf war ja, jedes Wochenende hast du da gesoffen, ne, auch die Dorffeste, die du da immer hattest, Osterfeuer und so eine Scheiße, das hast du immer mitgenommen, als Kind hatte ich auch ein paar Freunde, die haben auch auf dem Dorf gewohnt, und da bin ich, immer wenn wir da waren, dann haben wir Softairs gehabt, dann haben wir uns immer schön mit Softairs abgeknallt, Alter, dann sind wir schön durch den Wald gerannt, haben den ganzen Zeitpunkt irgendwie Softair-Gewehren aufeinander geballert, Alter, dann hast du das Scheißteil mal im Auge, dann warst du am Flennen, ey, das war, das war lustig. Ja, safe, safe, ich erinnere mich gern daran zurück, ne, auch wenn man einige Sachen, jetzt aus der Perspektive eines erwachsenen Menschen, wahrscheinlich anders gemacht hätte, aber ey, wir lernen, ey, wir machen Fehler, wir legen auf die Schnauze, wir kriegen auf die Schnauze, wir hauen auf die Schnauze, aber wir lernen daraus, ne, und natürlich gab's, einmal hab ich eine komplette Bushaltestelle abgebaut, ne, und dann saß ich auch bei den Cops so, ja, natürlich hat der Nachbar das gesehen und hat dann den Allmann gemacht, aber klar, lernst halt draus, ne, die Bushaltestelle durften wir wieder aufbauen, das war die Strafe dafür. Wie, wie musstet ihr die dann wieder aufbauen komplett? Mann, wir haben die Dachrin abgerissen, die Dachziegel runtergerubbt, da war so ein kleiner, da konnte ich halt untersetzen, mit einer Bank drin, die haben wir auch abgetreten, richtig dumm, wir haben jeden einzelnen Ziegelstein angemalt, so richtig dummes, bin ich nicht stolz drauf, aber haben wir gemacht, dafür wurde ich auch bestraft und ich hab's auch wieder hergerichtet, also, ne, ist geregelt, alles entspannt. Aber ich weiß auch nicht, was dich da getrieben hat, wir hatten halt keine, keine Hobbys in dem Sinne, ne, wir haben uns alle getroffen, was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung, guck dir mal die Bank an, die sieht schon ein bisschen älter aus, ne, willst du dich kaputt kloppen? Probier doch mal die Kraft aus, die du hast, boop, da hingen sie auf halb sieben, aber ich hab's, aber ich hab das Gefühl, als Kind findet man sowas auch geiler, also, irgendwie, deswegen, ja, natürlich, heutzutage macht gar keinen Sinn. Ich hab auch letztens hier, es gab ja diese Ausschreitung da in Berlin zu Silvester und da waren ja auch Videos von irgendwelchen Typen, die so eine, so eine Bushaltestelle zusammentreten, ne, wo sie da die ganzen Glasscheiben einschlagen und so die ganze Zeit. Wobei die Typen, die ich da gesehen hab, die sowas machen, die sind schon ein bisschen älter. Ja, deswegen, ich verstehe auch nicht, wie man das im Alter noch geil findet. Als Kind bist du halt dumm, als Kind denkst du dir, boah, Alter, ich kann das ja kaputt machen, ne, wir haben auch irgendwie mit der Software da irgendwelche Gliebhörn von Nachbarn zerschossen und so, weißt du? Da dachte man sich, oh, Alter, ich hab's geschafft, hier so ein kleines, dummes Glasding zu zerschießen, ey, mit meiner Plastikkuhle. der, weißt du, der King irgendwie so, weißt du? Damit mit 12, 13, aber heutzutage denk ich mir, ey, wenn ich jetzt irgendwie nach draußen gehe und eine Bushaltestelle einschlage, weiß ich nicht, und das filmt dann einer, das landet im Internet, dicker, ich schäme mich doch zu Tode, oder? Ja, natürlich, na klar, da fällt mir gerade eine Geschichte ein, wir haben gegen Apfelbaum getreten, da sind die Äpfel halt runtergefallen und dann haben wir Apfelweitwurf gemacht, spielt nicht mit Essen, Leute, ist nicht in Ordnung, wir haben Apfelweitwurf gepackt und irgendwann hat es nur einmal laut geklärt, dann haben alle angefangen zu lachen und danach so gehört, ey, da sind alle gelaufen, wie Ameisen halt. Ich weiß noch, als Kind kam, ich war als Kind im Tennisverein, und der war aber super weit weg und ich wollte halt immer Tennis spielen, weil mir hat das super Spaß gemacht und dann habe ich immer mit meinem Tennisschläger, habe ich mit dem Tennisball gegen unsere Hauswand geschlagen, weißt du, und dann kam der halt zurückgedotzt, wie so eine große Tischtennisplatte quasi und dann irgendwann habe ich dann auch so unsere Hauslampe abgeräumt, die halt da vorne hing, Alter, schön weggeballert, das Ding, kann bei meiner Mutter auch, da bin ich halt mal für, ja, die wollen Tennis spielen. Die haben wir auch oft gemacht, mit dem Fußball und allen möglichen Sachen, mit Stein haben wir Scheiben eingeschmissen, mit Bällen haben wir, Lampen kaputt geschossen, alles erlebt. Als Kind hattest du dann auch den einen Ball, diesen zerfledderten Lederball, Alter. Den einen Ball, natürlich. Bei uns gab es die Bälle, die hatten in Aachen, hatten wir eine Eisdiele, in Aachen-Laurensberg bin ich groß geworden, hieß das, und da gab es Udos Eis, Alter, und bei Udos Eis war es halt so, du hast, das war quasi so Glücksspiel für kindermäßig, weißt du, immer wenn du dir da Eis gekauft hast, hast du ihn losbekommen und wenn du alle irgendwie sieben verschiedenen Obstsorten hattest, dann konntest du die gegen so einen Fußball eintauschen alle von den Viechern in großen Massen, ja, von diesen Früchten, außer von der Apfelsine. Die Apfelsine war so shiny rare shit, weißt du, aber natürlich ist ja smart, wenn es die eine einfach nicht gibt, dann kriegen die ganzen Kinder einfach ihre Bälle nicht, aber du musst so ein paar Pseudo-Dinger reinmachen, damit die sehen, okay, das ist nicht komplett beschiss, sondern man kann schon diese Bälle bekommen. Und dann haben wir immer da, Alter, wenn einer aus dem Freundeskreis dann geschafft hat, hier diese scheiß Apfelsine zu ziehen in seinem Los, Dicker, da wurden aber ganz schnell hier die ganzen Lose von allen Leuten zusammengewürfelt, Alter, den Ball geholt und dieser Ball wurde dann immer zu dem einen Ball. So, und der hat dann immer so ein halbes Jahr gehalten, dann war das Ding auch wieder im Arsch, aber, das weiß ich noch, das Glücksspiel für Kinder im Udos-Eis, das war noch Zeit, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Geil, ist eine coole Aktion, auch wenn die da die Kinder gescamt haben, aber den einen Ball, den hast du dann auch erst mal belütet. Das war ja kein richtiger Scam, so irgendwie, weißt du, du konntest das ja gewinnen. Ich sehe gerade übrigens, Udos-Eis gibt es immer noch in Aachen, aber der ist jetzt irgendwo anders, Instagram, Alter. Shoutout an die Apfelsine. Ui. Ah, das ist jetzt so ein kleiner Wagen, Alter, der hat einfach sein großes Ding umgetauscht in so ein, in so ein winziges Ding, aber ich weiß auch nicht, ob das der Original ist, weil, das ist irgendein junger Mann, Alter, der sieht irgendwie falsch aus. Egal. So, genug Vergangenheitsbewältigung, ich würde sagen, wir holen mal den nächsten Kandidaten, oder? Wir holen den nächsten, ich war. Der nächste, bitte. Ich fand eine während der Uni-Vorlesung seit süß, habe aber nie eine Möglichkeit bekommen, sie anzusprechen. Wie komme ich am besten nach einer Klausur mit ihr ins Gespräch, beziehungsweise bekomme nach der Klausur als einzige Chance ihre Nummer? Wo studierst du? Ja, ich glaube generell, also, an der Uni hat man schon relativ viele Möglichkeiten, eine Dame anzusprechen. Wenn du sagst, okay, während der Vorlesung finde ich die süß, dann quatsch sie doch einfach nach der Vorlesung an, oder setzt sich während der Vorlesung, wenn eine Möglichkeit besteht, mal neben sie. Und dann kann man ja immer noch irgendwie miteinander ins Gespräch kommen. Da gibt es ja tausende Sachen. Da kannst du zum Beispiel, wenn du in der Vorlesung drin sitzt und der Dozent sagt gerade was, dann sagst du, ey, sorry, das habe ich gerade nicht verstanden, kannst du mir das mal helfen? Oder ey, kannst du mir mal einen Stift geben, ich habe meinen vergessen? Keine Ahnung und so. Weißt du, so zum ersten Eisbrechen, sag ich mal, zum Ansprechen, das ist ja meistens so dieses, diese erste große Hürde, Leute überhaupt mal anzusprechen, weißt du? Und ich glaube, sobald du Menschen dann einmal angesprochen hast, auch mit so einer Nichtigkeit, dann bist du miteinander in Kontakt getreten, dann bist du schon direkt auf so einer bisschen anderen Ebene, weißt du? Weil sie hat dir was geholfen oder so, auch wenn es nur ein Stiftlein ist und dann bist du halt schon in einer anderen Ecke und dann kannst du ja trotzdem dann irgendwie noch dann weiterfragen, weiß ich nicht. Dann kannst du fragen, ey, hast du das verstanden? Oder wollen wir mal zusammen üben vielleicht? Hast du Bock zusammen für die Klausur zu lernen? Ne, kann man ja alles machen. Ansonsten, find einfach mal raus, wie sie heißt. Weißt du, wenn sie dir jetzt schon mal einen Stift gegeben hat, dann kannst du sagen, Dankeschön, und dann kannst du dich auch einfach mal vorstellen, dann erfährst du ihren Namen. Weißt du, dann kannst du sie schon mal bei Insta finden oder bei Facebook oder weiß ich nicht, was es noch alles gibt. Studi-VZ-Alter, wenn du im Mittelalter wohnst. Und dich dann so halt nach und nach ran tasten, weißt du? Aber das Ding ist halt, nach einer Klausur, natürlich, da hast du dann so ein Gesprächsthema, wo du sagen kannst, ey, okay, boah, das war jetzt schwer. Was hast du denn da für eine Aufgabe und was hast du da für eine Lösung? Aber das Ding ist, ich glaube, nach einer Klausur wäre so der letzte Zeitpunkt, wo ich Bock habe, irgendjemanden kennenzulernen, weil dann bin ich, meistens bist du komplett übermüdet und abgefuckt und dann lief die Klausur vielleicht scheiße, dann bist du eh schon in einer schlechten Laune, weißt du? Ich glaube, das ist einfach nicht die beste Möglichkeit, um jemanden kennenzulernen. Ich würde das dann eher während der Vorlesungszeit probieren oder dann, ja, keine Ahnung, kannst du auch mal rausfinden, wenn du zum Beispiel ihren Namen weißt oder ihr Instagram-Profil, wenn sie irgendwie in dem Handy neben dir sitzt und das geöffnet hat, kannst du ja immer durch die Storys stalken und irgendwelche Beiträge liken oder weiß ich nicht oder dann sehen, okay, sie geht heute da und da in den Club feiern, Alter, dann gehe ich da auch hin. Gibt ja verschiedene Möglichkeiten, aber ich glaube, nach einer Klausur ist wirklich so die beschissenste Chance. Ist schwierig. Aber ich glaube, wir hatten das ganze Thema, wie man während der Uni-Zeit flirtet, ja auch, glaube ich, schon mal in irgendeinem Podcast angesprochen. Ausführlich haben wir das schon mal besprochen. Also es sind ja nur 80 Folgen. Setze dich mal drei Tage hintereinander hin. Irgendwo haben wir die besten Tipps gegeben. Nee, ich glaube einfach wirklich so, was gut funktioniert, ist wirklich, wenn du über Instagram, wenn du dann schon mal eine Anfrage schickst, zum Beispiel, weil die Profile privat sind und die nehmen dich an, dann ist das schon mal eine halbwegs okaye Chance und dann kannst du einfach mal die Beiträge liken, kommentieren und dann kann man so miteinander ins Gespräch vielleicht auch noch kommen und so, weißt du. Wobei ich glaube, im Real Life ist das halt am besten und am sinnigsten. Machen halt die wenigsten, glaube ich, weil es halt die, wenn du da dann, wie nennt man das, wenn du da dann einen Korb bekommst oder beziehungsweise so einen kleinen Rückschlag, dann ist es halt, wenn du face to face mit der Person da irgendwo bist, ist es, glaube ich, die schlimmste Sache für dein Ego, so weißt du. Also ich glaube, wenn du dann über das Internet versuchst irgendwie zu flirten und wirst da gekorbt, dann ist das nicht so schlimm, wie wenn du vor der Person stehst und dann noch in dieser Situation bist, aus der du dann erstmal irgendwie schwierig wieder rauskommst. Auf jeden Fall. Dann gehst du halt einfach aufs nächste Profil oder weiß ich nicht was. Ich glaube, so ist das dann schon schwieriger, wenn du dann in den Personenkorb kriegst und sagst, oh ja, sorry, ich muss dann los und in mein Bus kommt, tschüss. Also ich finde auch, die Fragestellung ist halt, die ist ein bisschen blöd gewählt. Nach einer Klausur haben wir festgestellt, ist halt nicht die optimalste Möglichkeit, um die nette Dame anzusprechen. Aber generell schreibt er nicht jeden Tag Klausuren, sondern da wirst du eine andere Möglichkeit finden. Oder du nutzt eben Social Media, wie es die meisten machen. Aber wie gesagt, das haben wir, denke ich mal, schon ausführlich debattiert. Müssen wir nicht nochmal machen. Okay, dann würde ich sagen. Der wird das hinbekommen. Der wird das hinbekommen. Ein bisschen Ego-Push, ein bisschen, geh mal Sport machen. Bau dir ein paar Muskeln, machst du fertig mit Lego und dann quatsche die voll. Setz dich da neben die Tante hin und dann, Perle, war dich satt denn da auf deinem Rechner, war dich satt denn. Du spielst hier Minecraft, mache ich auch nebenbei. Wir können auch mal zusammen Klötzchen spielen. Suchst du gerade Dildos oder was, Alter? Ich habe da eine vegane Alternative für dich. Robby stirbt, das war es, Freunde. Nee, dann würde ich sagen, dann holen wir nochmal den nächsten Strolch ran, ne? Holen wir nochmal einen Strolch ran. Das ist ein kritischer Strolch. Das ist wie bei Apple Red, der ist kritischer Hase jetzt. Pass auf. Okay, der ist kritischer Hase jetzt, ja. Der nächste, bitte. Lieber Dr. Robert und Dr. Tommy, ich, weiblich 16, habe es letztens mit meinem Bruder, männlich 15, ziemlich wild in meinem Bett getrieben. Bei uns im Dorf war letztens Feuerwehrfest, Alarm, und ich und mein Bruder haben uns einen guten Pegel angetrunken und sind dann betrunken miteinander heim. Von da an weiß ich nur mehr, dass er sein Zimmer nicht gefunden hat, ist direkt neben meinem, aber der Pegel war hoch. Und dann sagte ich, warum auch immer, er solle zu mir ins Bett kommen und dann zogen ich mich aus. Ich schlafe immer nackt. Aus ging ihn ins Bett, dann starrte er mich nur an und ich gab ein Zermatsch des, was schaust du so? Komm endlich her, ich will schlafen. Dann zog er sich auch aus und der Spaß ging los. Ich kann mich nur noch erinnern, dass es besser war, als alles, was ich bisher hatte. Dicker, du bist 16, was geht bei dir? Und als ich am nächsten Morgen nackt auf meinem nackten Bruder aufwachte, gab ich erstmal einen Schrei von mir, denn sogar meine Eltern im Erdgeschoss hörten. Ich war im zweiten Stock. Als sie mich dann beim Essen fragten, was los war, sagte ich, ich habe mir den Zeh ziemlich hart am Schrank angeschlagen. Nun haben aber ich und mein Bruder beschlossen, da wir beide weder Freund noch Freundinnen haben, wir das öfter machen könnten. Natürlich nur geschützt und nur selten. Und mittlerweile haben wir es schon viermal ziemlich hart in meinem Zimmer getrieben. Unsere Eltern haben uns schon mal gehört und haben mich dann gefragt, ob ich wieder einen Freund habe, worauf ich antwortete, ja, aber das, da ist jetzt auch nichts mehr. Sollten wir damit aufhören? Ja, bitte. Ich weiß nicht, was ich von dieser Geschichte halten soll, ob ich das alles abkaufen kann. Keine Ahnung. Also ganz ehrlich, wenn du und dein Bruder betrunken mit 16 und 15 Jahren von einem Feuerwehrfest weggeht, deine Eltern werden doch wahrscheinlich auch auf dem Fest gewesen sein. Die werden doch auch sehen, dass ihr beide euch da irgendwie einen reingeorgelt habt. Wenn es für sie okay ist, ja, dann ist das so. Aber trotzdem, dann gehst du doch mal nachschauen, wie es deinem Kind geht, wenn du nach Hause kommst, oder? Ja, safe. Also weil die Eltern erst mal sagen, oh ja, wir sind so richtig betrunken, wir gehen jetzt schlafen, wir haben Kinder, ah scheiß drauf, Alter, wenn die weg sind, Alter, mach dir ein Neues. So, weißt du, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann... Schwierig, Alter. Das ist schwierig. Wir gehen natürlich immer davon aus, dass das alles bare Münze ist, was ihr uns erzählt. Von daher nehmen wir das jetzt mal an. Ich sag mal so, es gibt einen guten Grund, warum Inzest verboten ist. Auch wenn du sagst, okay, ja, das Tütchen ist immer auf und so weiter. Es kann halt immer irgendwas schief gehen und dann im gleichen Gamepool rumzuplanschen, Alter, dann, ja, das ist nicht okay. Und die Nachkommen, die dann da auf die Welt losgelassen werden, denen geht es auch nicht so gut. Da ist, nee, deswegen, also bitte, kein Inzest. Bitte betreibt einfach kein Inzest. Auch wenn ihr vom Dorf kommt, bitte kein Inzest und keine Schafe anpacken. Nee, ja, was willst du da sagen, Alter? Fickt einfach nicht eure Schwester oder Brüder. Ja, definitiv nicht. Mach das nicht. Ja eben, die hat sich einfach mal den Brudi gegönnt, Alter. Komm, jetzt, ich will pennen, komm her. Oh, das stand mal kurz schon so. Da wird aber ordentlich mal einer abgetast. Da wird der Stammbaum aber ordentlich zum Kreis umgeformt, Alter. Oder so ist klar. Das ist, also, Dicker, kannst du nicht ausdenken, Alter. Also, ich weiß nicht, was ich mir da finde. Oder den Typ, der bei Red Dead Redemption irgendwelche Frauen vergewaltigt oder weiblich 16, die ihren 15-jährigen Bruder Die hat er nicht vergewaltigt. Die haben gewinselt und hat er die abgestochen. Das fand er ziemlich geil. Ja, aber der hat ja geschrieben, nee, ist auch egal. Das haben wir begraben, das Kapitel. Völlig egal. Eben, ist begraben, genau wie wir das hier begraben. Ja, unter Schweigen. Bitte hört auf damit. Bitte, genau, schweigt für immer, erzählt das niemandem und hört auf mit diesem Müll. Das ist verboten und Tommy hat gerade erwähnt, das hat auch einen guten Grund. Ja. Also, weiß ich nicht, wie, es ist, ich habe Schmerz. Also, ich wüsste auch beim besten Wind keine Situation, in der ich, egal wie besoffen ich bin, sagen würde, Alter, bummst jetzt meine Schwester, so weißt du. Ich auch nicht, das kriege ich, im Suff kriege ich das noch auseinandergehalten. Aber nur im Suffen auf Ketamin, Alter, Schwester, oh, Schwester, bap, bap, bap. Nee, weiß ich ja nicht. Also, kritisch, kritischer Hase. Also, egal wie hübsch meine Schwestern sind, ich kann die nicht geil finden, das geht nicht, das ist nicht möglich. Nee, das ist auch von der Natur, glaube ich, extra so. Gibt es irgendwelche Tiere, Inzesttiere? Wahrscheinlich. Die sind halt aber auch ein bisschen blöd, so, ne? Jaja, die sind eben dumm, aber die haben ja beide ein Gehirn. Also, aus menschlicher Sicht, aus menschlicher Sicht ist Inzest abstoßend, aber unter Tieren scheint es dieses Tabu nicht zu geben. Das ist trotzdem weird. Vielleicht seid ihr Tiere, ne? Die Diagnose, Tier. Du Hund. Stempel, mach die, oh Gott, du Hund. Komm rein, Köter, bell mich an jetzt hier. Boah, das ist nämlich auch eine Leine, du, ne? Da gehen wir mal ordentlich, Pipi machen, dann verschachtel ich dich da. Nee, also, Spätskin beiseite, ne? Fick bitte nicht auch mit euren Geschwistern. Dankeschön. Nee, mach das nicht, danke. Und weg mit dem Müll. Also, mit Müll meinen wir, die Frage, nicht euch. Die Frage, nicht euch. Um Gottes Willen. Okay, so, da haben wir aber noch einen Kandidaten. Zwei sogar noch. Der Nächste bitte. Moin, bin weiblich 18 und hab kurz was erzählt. Du mein Bruder, du mein Bruder, ne? Heute war mein erster Schultag in diesem Jahr und dieser ging mit einer sehr erfreulichen Nachricht los. Eine 19-jährige Mitschülerin hat in den Weihnachtsferien einen 40-jährigen Mann geheiratet. Ich hoffe mal, dass das nicht Rüdiger war. Ich finde das echt krass und es überrascht mich, dass die Eltern das erlauben. Meiner Meinung nach sollte sowas nicht mal gesetzlich erlaubt sein. Ich weiß nicht, wie lange die sich schon kannten, aber das läutet Alarmglocken, wenn die Schülerin mit diesem Typen wahrscheinlich schon mit 16, 17 zusammen war. Aber ich wüsste gerne, wie ihr das seht. Es hat eine Frage des Geldbeutels, ne? Ja, eben. Ne, ich fände das auch weird. Dann stellen wir vor, der Typ hier, war der 20 der gute Mann aus der ersten Frage, der die 45-jährigen Nachbarin da weg macht? Auf dem Balkon gefickt war... Der war... 20, ne? Ne, also ich sag mal, wenn ein 20-Jähriger dann die 45-jährige Nachbarin heiraten würde, ich fände das auch weird. Stell dir mal vor, dein Sohn kommt zu dir und sagt so, ey, guck mal hier, ich hab die Hildegard kennengelernt, die ist 56 und wir lieben uns und wir wollen jetzt Kinder haben oder wir wollen zumindest heiraten, so weißt du. Das ist halt schon komisch. Ich meine, du musst dir mal aus der Sicht von einem Mädel vorstellen. Also erst mal, ne, wenn die 18 ist, dann ist das ja alles legit, ne? Wie sie schon gesagt hat, okay, davor war sie ja ungefähr 16, 17, da war er irgendwie 38. Fände ich kritisch. Ja, definitiv. Würde ich bei meinen, ähm, bei meinen Kindern eingreifen, definitiv. Aber ey, dann ist das jetzt so und die Eltern scheinen ja auch nichts damit zu haben, ne? Und keine Ahnung, so vielleicht tun die sich dann ja wirklich gut. Vielleicht hat sie auch einfach so einen King für alte Typen. So, das kann ja sein, kannst ja alles geben. Oder er ist halt scheiße reich, ne? Steckst du nicht drin, weiß ich nicht. Aber ich fände es auf jeden Fall auch ziemlich komisch. Ich würde bei meinen, weiß ich nicht, ich stelle mir vor, da sitzt einer bei dir am Tisch, der vielleicht so alt ist wie du, ne? Und dann was mit deinem Kind hat, so, das ist schon weird. Das ist schon weird, auf jeden Fall. Also ich bin ja auch, also ich habe nichts dagegen, wenn es Leute machen, wenn, ne, die Parteien alt genug sind, alles über 18, interessiert mich ehrlicherweise auch überhaupt nicht. Aber ich finde es halt auch super komisch. Weil man automatisch im Kopf zurückrechnet, ne? Der Typ jetzt 40 Jahre alt hat, hat die 19-Jährige geheiratet, ziehst du zwei Jahre ab, da war er 38, die 17. Das ist so reudig, Mann. Also wirklich. Und 17, weiß ich gar nicht, ist das überhaupt noch legal in Germany? Was ist das nicht über 16? Ah, keine Ahnung. Ey, bitte beruf dich nicht. Ist auch scheißegal, ich finde es einfach, nein, nein. Aber ich bin auch ehrlich, ich habe da nie so rein recherchiert, weil das jetzt ich nie so mein Ding war. Es gibt ja diese, war das diese Faustregel, was war das nochmal? Das eigene Alter durch, ich weiß nicht mehr, ich komme nicht mehr drauf. Weil man sagt so, dann ist es legit. Warte mal, das google ich jetzt. Kannst du in der Zeit mal weitererzählen? Ja, ist super reudig, ne? Also am Ende des Tages müssen die zwei Personen das selber wissen. So, und wenn dann niemand irgendwas dagegen hat, dann ist das fein. Was wir darüber denken, ist dann auch erstmal völlig zweitrangig, ne? Wir wissen dann im Endeffekt nur, wir machen das halt nicht so und wir stehen nicht auf sowas. Aber wenn das alles legal ist, dann, ey, können wir nichts machen. Dann sollen die glücklich werden und es ist alles entspannt. Also es gibt diese Faustregel, die habe ich gerade nochmal gegoogelt. Das eigene Alter geteilt durch zwei plus sieben. So. Ah ja. Ne? Plus sieben. Rechnest du das gerade bei dir aus? Ja, okay. Ich habe gerade ausgerechnet, ne? In Ordnung. Da muss ich kurz ein paar Flirts beenden. Schnell mal bei Knuddels abmelden, aus dem Kinderchat hier. So ein Red Dead Redemption Online-Chat, Alter. Ja. Habe ich auch neulich ein Video gesehen, da gibt es da wirklich Red Dead Redemption RP. Ne? Von dem zweiten Teil gibt es da irgendwelche RP-Server. Also was da für Boomer spielen, also das kannst du echt nicht antun, ne? Also ich habe ja ab und zu mal so ein Auge für so RP-Szene, sei es GTA oder jetzt Red Dead Redemption. Manchmal spielen die auch in Minecraft RP oder da gibt es auch noch diverse andere Spiele, aber das in Red Dead Redemption, was für eklige Boomer da spielen und was die sich da ausmalen. Und wenn man RP spielt, ne? Roleplay, dann sollte man sich natürlich auch dem anpassen, was für eine Szenerie da, ja. Wir sind im wilden Westen. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, da ist es leider so gewesen, da hatten die Frauen noch nicht wirklich was zu sagen, was traurig ist, aber das haben die nicht gespielt, ne? Die haben da mit Sexismus um sich geworfen, die haben da Leute vom Server geschmissen. Also das kannst du dir nicht ausmalen. Okay. Also wenn ich schon RP spiele, dann lasse ich doch die Realität erstmal kurz beiseite und passe mich der Szene an, oder? Sonst würden Filme ja auch nicht funktionieren. Also wenn ich bei Red Dead Redemption Online komme, Alter, da spiele ich auch Captain Kirk, Alter, die können nicht mal. Ja. Howdy, meine lieben Asianer. Boah, jetzt krieg ich bestimmt voll die Hassnachrichten, Alter, weil ich hier irgendwelche Teile zerteile. Ist ja scheißegal, Alter. Mein Kopf ist durch hier noch. Eine Stunde gelabert, Alter. Ich bin jetzt schon Matsch, Alter. Den letzten lassen wir auch im Käfig hier. Aber hier, wie gesagt, nochmal abschließend, wenn die es cool finden und die damit keinem auf den Sack gehen, Alter, und das in ihren vier Wänden miteinander machen. So ist doch alles entspannt. Es soll uns auch gar nichts angehen. So meine Faustregel ist immer, macht, was euch glücklich macht, solange es keinem anderen Menschen schadet. Ganz genau. Alter, dann macht von mir aus, was ihr wollt. Und wenn die da im Dreieck gebumst wird, das ist doch so, ja, machen die halt. Und wir können es dann nicht verhindern. Und du auch nicht. Bei Play 18. Ja, das kann nur der Österreicher, der dir bei den Kopf verpetzt. Dann kriegt er nochmal auf die Fresse vom 40-Jährigen. Also wir lachen jetzt, weil wir ein lustiges Meme gesehen haben. Nicht, weil der Typ aufs Maul bekommen hat. Das ist klar. Ja, richtig. Wir schicken uns hier mal Memes. Ich habe gerade den Opa gesehen, Alter, krank. Ja, aber der geht los, mein Gürtel. Scheiße, ey. Kacke, der kannst du nicht ausdecken. Also, wie gesagt, verletzt keine Mitmenschen. Seid artig. Und fickt nicht eure Geschwister. Und fickt nicht eure Geschwister. Dankeschön. Das sind auch schöne abschließende Worte. Die sollten auch immer, es gibt da immer hier die Neujahrsansprache vom Bundespräsidenten. Weißt du? Und der muss einfach mal mit den Worten schließen, haben sie ein gesegnetes neues Jahr und ficken sie nicht ihre Geschwister. Dankeschön. Richtig, danke. Ende. Tschüss. Ciao.